Hey Leute, ich habe jetzt einen Discord und hier kann man sehr viele verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel, man kann sich mit den Freunden hier unterhalten, hier in den Chat hier, wenn man draufklickt. Und ihr könnt euch auch an den Freunden sagen, dass ihr hier auch einen Discord habt. Einfach erster Link in der Beschreibung hier, erster Link in der Beschreibung. Und ja, dann seid ihr einfach hier direkt drauf im Server. Genau, und hier kann man nicht sehr viele verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel auf erstmal Regeln und Infos muss man unbedingt durchlesen. Einfach hier Regeln und Infos durchlesen und ja. Man kann zum Beispiel auch, wenn ihr Mitglied seid oder so von meinem Server, aber kann man hier ganz einfach Mitgliedanforderungen mit einem Screenshot und da habt ihr auch einen Mitgliedrang auf meinen Discord hier. Es gibt auch ein Fanart-Dings hier, ein Fanart-Channel. Da könnt ihr alle möglichen Fanarts hier reinschicken, über, keine Ahnung, Revival zum Beispiel. Also Revival ist jetzt schon aus, aber über die kommende Projekte oder so oder über Franzl, alles mögliche. Die werde ich vielleicht auch noch in den Videos zeigen. Hier könnt ihr auf Videos klicken, hier sind alle möglichen Videos, was ihr halt hochklären werden von mir. Und es gibt auch Gewinnspiele. Also Gewinnspiele, das praktisch, ihr reagiert über einen Bot praktisch. Da reagiert ihr auf die Nachricht von Bot und könnt ihr zum Beispiel, könnt ihr bei euch zum Beispiel gewinnen, Red mit Julian hier, wie man links unten seht, Red mit Julian. Da könnt ihr mir zum Beispiel reden mit mir oder so. Es geht wahrscheinlich, also jede Woche ist ein neues Gewinnspiel, könnt ihr auch Rollen oder so gewinnen oder einfach reden mit Julian und da könnt ihr einfach mit mir reden, alles was ihr wollt. Alles besprechen, was ihr wollt, keine Ahnung. Und ja, dann, erster Link in der Beschreibung, dann sehen wir uns im Discord. So, Lolo, willkommen zu der Folge Minecraft Horror. Heute spielen wir wieder eine Horror-Map als Zweitvideo hier. Und ich habe eine große Ankündigung. Also, ich habe erstens mal einen neuen Skin. Und es passt jetzt perfekt zum Rückending. Ich glaube, ich müsste auch irgendwie beim Cape hier das Rot irgendwie ein bisschen heller machen, dass es zu meinen Skin passt. Heute ist wieder 1.14.4, die eine der neuesten Visionen. Und ich spiele mir heute wieder eine Horror-Map. Und zum Glück hat hier der gute alte Entwickler hier der Map, der fuck jetzt mal in den Zug wirkt, dass ich hier einfach Licht habe, wenn ich gehe. Alright. So, jetzt wissen wir, glaube ich, dass irgendwie, ich glaube, ich drehe das ein bisschen heller. Weil so seht ihr nichts, ja. Aber ja, wenn es praktisch die Map geht darum, ähm, ich starte mal. Oh, Cloud World of Shunt the Game. Okay. Hallo, ganz schnell. Es hat sehr viele, die Map hat sehr viele Soundeffekte. Ähm, Maximum Smooth Lightning. Okay, Smooth Lightning muss auf dem Maximum sein. Okay, ähm, also set Brightness to a low level. Ja, ich mache das jetzt nur wegen dem Video, dann mache ich es ein bisschen heller. Und, äh, ja. Different for, äh, Lightning is different for everyone, so you can make a decision on your own. So, was ich jetzt machen, irgendwie? Ähm, okay, ich bin ready. Äh, ja, okay, jetzt stoppt er. Tipp, wenn du hier, wenn du glaubst, äh, du musst rechtsklicken, äh, am Zubik, äh, äh, und etwas drücken. Unrushed? I think you would be able to right click something. And, äh, it doesn't do anything. Also, manche kann es sein, dass ich irgendwas rechtsklicken, aber es tut nichts. Äh, probier was anderes zum Rechtsklicken, oder, äh, eine, eine andere, einen anderen Weg muss ich finden. Äh, versuchen nicht, ähm, irgendwas, wau, 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 was sagt er? Okay, anyway, es gibt keine, keine Tipps gibt er. Und, äh, es ist, äh, es ist eine, ähm, eine mysteriöse Map, okay, sagt er. Äh, es gibt mehrere Wege, die Maps durchzuspielen, mit vielen, vielen Puzzles und, äh, gutes Glück. Okay, ähm, bla bla bla, was steht hier noch? Zombies PvP Call, I'm working on, äh, irgendeine andere Map. Alright, äh, dann solltest du eigentlich gleich starten, Map. Ich bin schon sehr gespannt hier. Ähm, alright. Äh, solltest du eigentlich gleich starten? Ich bin noch Twitter, bla bla bla, map, map, mit deinen Modes for Community Content, ja. Ähm, alright, genau, bis ich den Skin, ich finde den Skin richtig geil hier mit der Österreich, äh, Österreich Flagge drauf. Jo, bei, escape finde ich auch richtig geil. Wann fangt das jetzt hier an? Okay, äh, jetzt kannst du spielen, ciao. Und, und der ist gelieft, okay. Ich bin auf keinen Fall, das alles nur rein, äh, Adventure Lab, hier, keine Angst. Hier. Das war einfach nur alles eng gefügt. Okay, aber was man hier alles machen kann. Okay, hier geht es uns nix. Oh, es ist richtig laut. Okay, ich bin im Bett. Ich schlafe. Ich glaube, es ist Nacht oder so. Ich hoffe, ihr könnt alles, könnt irgendwie sehen. Okay. Fernseher. Aber ich habe ja, ich hoffe ja, ich habe ja alles den gestellt. Wie es so dunkel für euch ist. Gleich macht es eine Nachtbeartung. Hält aber euch. Die Sounds. Sollte nicht gehen. Oh. Leute. Ich muss die Sounds ein bisschen leiser machen. So, keine Angst. So. Okay, hallo. Hallo, äh. Ich will eine Map spielen. Kann ich aufstehen? Oh, ich kann auch stehen. Das ist gelockt. Ich kann da rein. Kann ich da irgendwie? Ich kann da du ich, glaube ich. Was ist das hier? Ein Stecker. Ist das hier? Die Tür ist gleich auch zu. Hier kann ich nicht rein. Im Fernseher kann ich. Oh, ich kann. Okay, ich kann. Ich kann den Fernseher ausstecken. Aber warum ist der Fernseheraufgang? Okay. Äh, unter dem Bett ist nichts, denke ich. Die Tür kann ich auch nicht aufmachen. Okay. Aber wie cool ist es? Schau mal. Ich kann auch den Dings aufdrehen. Okay. Äh, der. Oh. Okay, ich glaube, es ist ein bisschen verpackt hier. Äh, der, der Lüftungsschacht ist, ähm, zuverschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Wollte gleich einen Schlüssel. Okay, ähm. Oh, Leute. Okay, ich kann die Tür. Oh, Leute. Wie cool ist denn das denn? Ist hier wer? Ich sehe jemand. Die Tür ist verschlossen hier. Okay. Hallo. Ich bin Julian. Ich will. Leute, ich habe echt Angst. Ich habe eine Kerze. Okay. Oh, hallo. Hallo, Monster. Okay, Leute. Ich habe echt Angst hier. Hallo, ist es hier? Die ist auch verschlossen? Alle sind verschlossen. Okay. Ich brauche einen Dings hier, glaube ich. Okay, ich kann hier auch noch nicht raus. Ich glaube, das Ziel ist hier rauszukommen. Was ist das hier? Kann ich das aufnehmen? Ich denke nicht. Was gibt es denn noch? Okay, ich brauche einen Schraubenzieher. Brauche ich. Oh, oh, das wollte ich nicht. Einen Schraubenzieher. Wo ist ein Schraubenzieher? Ich weiß nichts. Ein Schraubenzieher ist. Also verschlossen. Ich glaube, ich gehe mal wieder nach oben. Hallo? Okay, ich glaube, ich brauche einen Schlüssel. Und da drin ist ein Dings. Ein Schlüssel. Wo kann ein Schlüssel sein? Hier ist nämlich alles verschlossen. Hm. Ich will nicht gerade. Äh. Draußen ist keiner. Verstehe ich? Was muss ich machen? Mehrere Wege. Also stimmt. Ich muss das aufhinken, glaube ich. Okay. Hallo, du. Oh. Jetzt hat sich irgendwas... Okay. Die Tür ist aufgegangen. Hier oben ist die Tür. Oh. Äh. Kühltruhe. Warte mal. Steht ja? Hey du. Ich bin mit jemandem... Ähm. Get your bed. Denn... Achso. Ich bin mit jemandem heute Nacht nicht da. Geh in dein Bett. Ähm. Der Vater will dich... Will irgendwas bringen. Make sure you... Your zipper... Äh. Nichts. Äh. Also dass... Dass ihr schlaft. Ist in der Tür aufgegangen? Die Tür ist aufgegangen. Hallo? Hier ist ein Schlüssel. Basement Key. Front Door. Okay. Oh. Hallo. Äh. Wer... Macht mir die ganze Zeit die Tür zu? Ich hab... Ich hab keine Angst. Nee, nee. Gar nicht. Äh. Hallo? Okay. Das heißt, äh... Wir haben ein Basement Key. Das heißt, wir haben irgendwas von unten. Ein Schlüssel. Und wir haben einen Schlüssel für... Äh... Die Tür. Weiß nicht, ob ich... Direkt rausgehen will eigentlich. Weiß nicht, ob ich dir irgendwie... Hallo? Ich hab mich im Screw... Okay. Oh. Wo hat mich das erschreckt? Aber ich kann nicht mehr raus. Achso, ich kann doch draus. Aber wir haben einen... Äh... Schraubenzieher. Alles gut. Kann ich nach hinten? Sieht nicht so gut aus. Eine Map ist extrem gut gemacht. Ehrlich. Tür ist verschlossen. Okay. Brauch ich hier auch einen Schlüssel anscheinend? Aber ich brauche noch... Irgendwo unten ist noch ein Dings, ja? Irgendwo unten... Hier ist auch was. Die Tür. Kann ich hier rein? Nee. Keine Ahnung. Kommt jetzt Wassergeräusche. Ich glaube, da unten ist irgendwie... Äh... Im Keller irgendwie... Keine Ahnung. Der Flur. Ich weiß nicht eigentlich. Okay. Das heißt, wir könnten hier Basement Key. Okay. Na, da können wir jetzt runter. Ich weiß nicht, ob ich direkt da... Dahin will. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Und äh... Geh... Mit dem... Wir haben jetzt nämlich ein Dings hier. Äh... Äh... Schraubenzieher. Oh, leid. Ich habe Kürbis. Keine Ahnung. Geht das irgendwie? Moment. Screwed on tight. Ah, jetzt ist er auch offen. Leul, ich kann da wirklich durch, gell? Leul, okay. Was ist hier? Green Book. Okay. Die Tür ist auch auf. Ja, wahrscheinlich können wir da jetzt durch. Chess ist immer noch locked. Äh... Okay. Green Book. Äh... Ne, dann gehe ich weiter hier. Sorry, dass ich echt nichts sehen manchmal. Das heißt, wir müssen runter jetzt, okay? Machen wir ja die Tür wieder zu. Ja, ist doch gut hier unten, Wasser. Ähm... Okay. Was ist hier unten? Hallo? Rotes Buch. Das ist eine zweite Kerze. Denke ich. Ne, ich kann nicht abbauen, leider. Okay, hier ist so ein Dings. So eine... Okay, da oben ist gerade eine Tür aufgehangen. Alles gut. Ich... Hab Angst. Okay, jetzt komm ich hier hoch, oder? Was ist das hier? Zu strong. Äh... Mit deiner Hand zum Brechen. Okay, äh... Ich brauchte irgendwas, dass ich da hinkomme. Okay, das kann ich wahrscheinlich auch nicht nehmen. Ne. Hier ist aber sonst eigentlich gar nichts. Irgendeine Tür ist oben aufgegangen. Ich denke... Wenn ich denke, was ich glaube... Die Tür? Ne, ich weiß nicht, was hier... Leute, hier können wir noch hin, gell? So. Ich baue den mal so hin. So. Bam, 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 bam. Oh, okay, jetzt habe ich mich gerade erschreckt hier. Ich muss hier auf... Aufmachen, so. Okay. Dann kann ich gleich in die eine Tür rein, hier. Denke ich. So. Aufmachen, aufmachen, aufmachen. Okay, jetzt ist es offen. Jetzt die Dings wieder mitnehmen. Okay. Hallo? Okay, das hier... Das ist ein Dingsbuch. Das sind so richtig viele Bücher. Ich weiß nicht. Oh, oh. Hier ist noch ein Dings. Hier ist ein Dings. Aber sonst ist eigentlich nichts, glaube ich, oder? Die ist immer noch. Hier ist eine Uhr. Weiß nicht, was mir die Uhr bringt. Kann ich hier vorbei? Ne. Unten ist aber, glaube ich, auch nichts. Dann gehe ich hier da zurück. Okay, was muss ich jetzt machen? Ich habe hier eine Range, oder? Das heißt, was ich hier aufmachen kann. Warte, ist hier ein Geheimgang? Ich denke, hier ist ein Geheimgang, oder? Ist hier ein Geheimgang? Ne. Okay, was muss ich machen? Ich denke, ich muss hier einfach weitergehen. Kann ich das nicht kaputt machen? Ich habe doch eine Range, oder? Kann ich da mit der Range was anderes machen, denkt ihr? Ich glaube, ich kann die Kiste oben aufmachen, oder? Weiß nicht, ist das irre? Ich denke schon. Hallo? Kann ich die Kiste aufmachen? So, erstmal immer die Tür hinten zumachen. Okay, immer noch locked. Okay, ähm. Ich denke, ich sehe noch irgendwas. Okay, kann man dann baden? Draußen ist auch nichts. Ich denke, es ist nichts mehr. Ich gehe einfach mal hier runter. Und schaue mal, ob ich draußen irgendwas machen kann, glaube ich. Kann ich irgendwas machen? Kann ich das auch machen? Kann ich die Tür da vorne aufmachen? Ich denke, da bin ich schon. Da ist immer noch verschlossen, gell? Ich weiß es nicht. Ich bin hier hoch. Das Ding ist, ich kann auch nicht sprinten. Und ich bin nicht in Game-Mod, ich kann nichts ab. Und ich bin... Ah, ist das Texture-Pack. Hm, ist hier noch irgendwas drinnen? Ist die Frage. Ist nichts mehr. Nee. Was soll ich jetzt machen? Er hat gesagt, keine... Der Typ hat gesagt, keine Dings hier macht, ja? Keine, ähm... Tipps gibt er. Es liegt hier noch irgendwas rum, was ich brauchen könnte. Hm. Ich muss aber irgendwas unten machen. Ich könnte mal schauen. Haben wir noch irgendwo Lüftungsschächte irgendwo? An der Decke? Haben wir hier noch einen Lüftungsschacht? Oder liegt hier noch irgendwo was? Das ist die Frage. Können wir das hier aufmachen, irgendwie? Nee, gell? Können wir das gerade in den Geräusch kommen? Oh. Ist da hinten irgendwas? Ich weiß es nicht. Das muss ich jetzt genau machen. Er hat gesagt, er gibt keine Tipps. Wir schauen doch mal oben. Es müsste eigentlich oben was sein. Ich weiß es nicht. Könnte ich den Fernseher nochmal anmachen? Okay. Das bringt sich absolut gar nichts. Ich denke, hier müssen wir irgendwas machen, oder? Kann ich das hier mit der Ranch aufmachen? Weißt du, was das ist hier? Weil das jetzt die Bücher machen können. Ähm... Puzzle. Das heißt, wie bringe ich die Dings da auf? Gibt es doch irgendwas draußen? Es müsste doch eigentlich irgendwas draußen geben. Ist nichts, nichts, nichts. Gibt es irgendwo was? Liegt hier irgendwas rum? Ist das Haus? Nee, schau mal. Dann müsste es eigentlich irgend noch was geben. Okay, ich denke aber nicht. Oder ist hier... Ich habe da noch Ranch. Was kann eine Ranch machen, ist die Frage. Ja, ist doch gut. Oh, ich weiß, dass... Es spät ist. Okay, ähm... Ich gehe... Okay, warte mal. Hier kann man auch nicht runter, gell? Locked. Okay. Äh... Ich weiß jetzt nicht, was genau wir jetzt machen müssen. Ich schaue einfach nochmal rein hier. Ich weiß nicht, was das ist. Die Türen hier an dem Boden liegen. Es müsste... Wir müssen eigentlich, glaube ich, da unten. Das ist die einzige Möglichkeit, glaube ich. Oh, dass ich da irgendwie rein kann. Puzzle, sagt er. Stronger break with the hands. Äh, ja, ich habe ja die Ranch. Oh, oh. Kann ich irgendwie nicht? Kann ich nicht irgendwie... Stronger break with the hands. Hm, aber wie mache ich das dann? Hier oben ist es wahrscheinlich zu. Geht das? Irgendwie mit irgendwas? Lass das zumachen. Oder kann ich irgendwie durch? Gibt es einen Glitch? Oder kann ich das irgendwie aufmachen? Die... Secret Wand da? Da, hier! Hier kann ich irgendwas machen. Ein Buch vielleicht reingeben? Oh, ich kann ja Buche. Ach so! Das ist eine Tür, oder? Und hier die ganzen Bücher reingeben. LOL! LOL, Leute! Oh! Hallo? Hallo? Äh, was ist hier passiert? Äh, oh, hallo? Hallo, wer... Wer war das? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe noch Brian, das ist für ein paar Sekunden. Ein ganz altes bisschen weg. Wo bin ich? Eine Uhr. Okay. Uhr, ja, hallo, Uhr. Äh, hallo? Ich will irgendwie raus von meinem Haus. Ich weiß nicht. Ganz schnell. Dann spielst du von neu ab? Ich denke, es spielst du jetzt von neu ab? Ich denke schon, oder? Vielleicht geht der Fernseher wieder an, wahrscheinlich. Ich denke schon, aber jetzt wissen wir schon, in etwa. Ich gehe wieder raus. Jetzt. Jetzt geht der Fernseher an. Wettbewerb? 3, 2, 1. Ah, ich habe es gecallt. Okay, äh, das sieht einfach erstmal im Fernseher aus. Äh, das heißt, wir müssen ein Dings finden. Einen Screwdriver. Der Screwdriver ist, wie wir es schon wissen, hier unten. Oh, da ist es ein neues hier. Kann man, was das ist hier? Nehmen wir die Kerze. Dann glaube ich, es ist immer noch das Neue. Äh, hallo, du? Okay, es ist immer noch das Selbe. Ja, 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 alles gut. Screwdriver, warte, der war draußen, gell? Ich denke schon, dass er draußen ist. Ja, ja, ist ein guter Geist. Ähm, okay, lol. Warte mal, Front, okay? Okay, achso. Äh, er ist getroppt hier. Die Key. Jetzt fällt das, ihr gleich wieder runter. Wetten wir? Oder hier ist was Neues oben? Oh, sind sie? Okay. Okay, jetzt ist das Teil da oben weggangen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt in ein anderes Zimmer, denke ich. Dann haben wir ein Buch. Und da vorne ist nachher auch ein Buch. Und nachher müssen wir wieder runter. Denke ich. Das ist meine Vermutung hier. So, mach ich's auf. So, so, so. Wir müssen das Video wirklich dunkeln machen, so wie ich gerade. Das ist wirklich... Okay. Ich weiß nicht, wie die Kisten schon geöffnet haben. Oh. Habt ihr das gesehen? Ich denke, ich denke, ich denke, es ist ein Geist. 100%. Es ist ein Geist. Es ist safe, ein Geist dann. Hallo? Ich will... Äh, was auch immer das ist. Das ist die Frage. Ein Ball. Okay, ich fang gleich die Uhr wieder an zu ticken. Ich frage jetzt, wo haben wir einen Schlüssel hierher gekriegt? Ich weiß nicht. Jetzt ist das hier weg. Fängt die Dings an, wieder zu ticken. Wir haben das eine Buch. Hier ist nichts mehr. Nee. Okay, dann haben wir wieder zurück. Wollen wir das rote Buch? Haben wir gleich bei Dings gekriegt, gell? Bei der Schwester im Zimmer? Denke ich. Was hat das hier eigentlich gelegen? Hier, das kann ich immer noch nicht aufmachen. Screwdrivers. Okay. Und was haben wir jetzt noch gemacht? Äh, wie haben wir den, den, den Key für, für Spacement gekriegt? Jetzt die Frage. Haben wir den hier irgendwie gefunden oder so? Oder draußen gefunden? Wollen wir den bekommen her? Kann ich, kann ich aufmachen. Äh, ich kann, ich kann die Dings noch nicht aufmachen. Okay, das ist verschlossen. Wenn man den Schlüssel da herkriegt. Ist draußen noch irgendwas? Ich glaube, der Schlüssel war von da vorne, oder? Der war da eigentlich drinnen. Ich denke schon, aber. Hmm. Wollen wir den Schlüssel nochmal herkriegt? Okay. Tag ist in einem Raum, wo die ganzen Leute waren erscheinend. Ist der offen jetzt? Nee. Ich weiß nicht. Will mir den Schlüssel herbekommen? Das sind schon zwei Bücher. Ein rotes Buch brauchen wir und ein Schlüssel. Äh, vielleicht kann ich irgendwie, I don't know. Kann ich den Fernseher nochmal hermachen? Nee, ich glaube, das bringt auch nichts. Ist hier noch irgendein Schlüssel, was auch immer du bist? Okay, ich glaube, das ist so nachtlich, soll das darstellen. Ich glaube, hier ist auch nichts drinnen. Aber keine Ahnung, wo das im Fall ist. Ähm. So, ist hier irgendwas? Auch hier ist ein Schlüssel, genau. Und hi, Hans. Wer auch immer du warst. Ja, mach doch die Tür so. Ähm. So, Basement Key. So, jetzt können wir eigentlich runter. Wir bräuchten eigentlich noch das dritte Buch. Das haben wir noch nicht. Ähm. So, hallo, hallo, ähm. Hallo, hier ist das dritte Buch. Das ist die Range wieder. Kann ich das jetzt öffnen? Ich denke nicht. Aber ich glaube, ich weiß, wie die Map schon ist. Wir gehen immer wieder rein. Versteht ihr? Ist jetzt irgendwo, war da das rote Buch. Äh, das grüne Buch war da irgendwo. Und das gelbe war irgendwie da. So. Dann ziehen wir da wieder drin. Das heißt. Können wir irgendwie jetzt irgendwas machen? Können wir. Können wir irgendwas machen? Hier. Okay, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben einen Wirecutter. Können wir schnell raus? Die Tür ist geschlossen. Oh, oh. Wirecutter. Oh, oh. Hier kommt er. Kann ich rein theoretisch? Ja, ich geh da raus. Stimmt, okay, okay. Oh, 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 oh. Okay. Ähm. Was mache ich? Ähm. Wie mache ich die Tür auf? Ähm. Wie mache ich die Tür auf? Wie mache ich die Tür auf? Ähm. Ich weiß nicht. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Okay, da könnten wir hoch, glaube ich. Okay, da ist es relativ langsam. Okay, können wir nicht hoch? Oh, oh. Oh, hier können wir auch nicht hoch. Oh, oh, oh. Ganz. Okay, nein. Okay. Es ist kritisch, okay. Das heißt, wir sind jetzt, wir müssen jetzt irgendwie. Ähm. Ähm. Die Tür ist geschlossen. Okay. Ähm. Ich verstehe. Es ist immer dasselbe. Es heißt. Alright. Ähm. Das heißt, ähm. Ein Wirecutter. Okay, den Wirecutter können wir benutzen für den, äh. Für das Iron Bar. Also für die Eisen, für das Eisen geht da. Nur wie kommen wir nach, da wieder raus? Ähm. Hm. Vielleicht finden wir jetzt irgendwas, wie ich rauskomme? Denke ich. Jetzt kommt gleich wieder der Fernseher. Äh. So wie immer. Der Klassiker, der Fernseher. Kommt der Fernseher, kommt der Fernseher, kommt der Fernseher. Komm wieder? Kann ich noch zu den Fernseher kommen? Drei. Zwei. Eins. Ein. Drei. Zwei. Eins. Drei. Zwei. Drei. Zwei. Drei. Zwei. Eins. Drei. Zwei. Ah. Da ist er. Drei. Zwei. Eins. Das ist mein son. Das ist mein son. Äh. Bum. Gehen wir raus. Äh. Okay. Da unten liegt immer noch irgendwas. Oh. Okay. Die Tür ist noch. Okay. Die Tür ist noch geschlossen. Ich muss zuerst runter gehen. Jetzt droppt gleich gleich der Schlüssel. Nimm die Fackel. Äh. Jetzt droppt ja gleich der Schlüssel. Oh oh. Der Schlüssel droppt nicht, Leute. Jetzt kann ich das wieder nehmen. Okay. Ist immer dasselbe. Kann ich da irgendwas dazuschreiben? Vielleicht kann ich das wohl was dazuschreiben. Okay. Jetzt ist die Tür oben aufgegangen. Kann ich jetzt eigentlich hier die Tür? Okay. Jetzt heißt die Tür. Was heißt ich hole mir jetzt ein Dings? Das ist jetzt die Front der Glocke. Okay. Ich verstehe schon langsam. So. Okay. Alright. Soll ich... Easy, easy. Ich mach jetzt Streetrun, Leute. Easy, easy. So, Screwdriver. Ähm. Mit dem Screwdriver geh ich jetzt ins andere Zimmer. Alright, alright, alright. Ähm. So. Dann geh ich jetzt ins andere Zimmer. Dann muss ich doch rüber. Dann find ich das ein Buch. Alright. Aber die Map ist cool. Die Map ist cool, ja. Das mach ich so. Okay. Hallo, hallo, hallo. Ähm. So. Hier ist ein Buch. So. Dann geh ich wieder rüber mit der Kerze. Dann ist hier, äh, der Schlüssel. Und, äh, ja. Das war's eigentlich, glaub ich. Das ist hier der Basement Key. Das heißt, ich geh erstmal hier rüber. Äh. Mach das hier auf. So, dann mach ich auf, auf. Oh, ich bin schon Profi hier. Ähm. Profi des Vertrauens. So, äh. Jetzt mach ich die Tür auf, denke ich. Also den, 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 den Lüftungsschacht hier. Jetzt geh ich durch. Jetzt fangt die Dings an wieder zu ticken. Hol ich mir das. Geh wieder. Jetzt mach ich Basement Key. Alright, alright, alright. Der Speedrunner ist da. Alright. Jetzt nimm ich dir das. Nimm mir die Ranch. Die Frage ist nur, äh, kann ich hier, ähm, die Tür irgendwie offen lassen? Warte mal. Hier ist grad oben eine Tür aufgegangen. Das heißt, kann ich jetzt irgendwie, warte mal. Wenn das der Fall ist, oder ist die Tür zugegangen? Wenn jetzt die Tür zugegangen ist, dann war es der größte Prank hier. Ist die Tür aufgegangen? Bitte lass die Tür aufgehen sein. S2, S2. Okay, ähm. Ich schätze, ich muss einfach runtergehen. Wieder dasselbe machen. Nur ist die Frage, wie ich da wieder rauskomme dann? Ähm. Ich geh mal runter und probier's nochmal. Ich frag jetzt nur, wie ich rauskomme dann. So, ähm. Hier. Hier irgendwo. Und, äh, hier. Kann ich denn der Tür eigentlich stehen bleiben? Oh, oh, okay. Ich werde rein geboostet. Hier kommt der Dings nachher raus. Oder wo kommt der? Kann ich's irgendwie aufschrauben? Kommt der Typ schon? Ich denke nicht. Oh, er kommt schon. Hier ist er. Okay, ich kann nicht hauen. Kann, hauen kann ich ihn nicht. Wie komm ich hier raus? Die Frage. Äh. Mit der Crow. Mit der Ranch hier vielleicht. Ich glaub mit der Ranch kann ich hier, ähm. Ich kann hier nichts machen, gell? Ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Oh. Oh, oh, oh. Das war... Es ist dumm. Es ist dumm. Äh, ja. Würde ich sagen, wir sehen uns, wenn ich's gleich wieder geschafft hab. So, ich hab's jetzt irgendwie gerade geschafft, hier irgendwie rauszukommen mit den Wirecutters. Okay, keine Ahnung. Und die Tür ist irgendwie aufgegangen. Und vor allem, weil ich hab's so lange versucht, einfach. Okay. Hier kann man das jetzt cutten. Nice. Kann ich das eigentlich auch noch cutten, oder? Nee. Aber was bringt mir das jetzt eigentlich? Das ist eine Frage. Ähm. So. Achso. Ich hab's geschafft. Okay. Midnight Madness. By Cloud Wolf. Okay. Die Musik ist cool. Oh. Thanks for playing. Nice. Ja, okay. Dann würde ich auch sagen, thanks for playing. Thanks for zuschowing. Hey. I never left. Äh, ja. Ähm. Danke fürs Zuschauen. Ja, ich mach echt die D-Musik. Außer. Äh, danke fürs Zuschauen. Äh, unbedingt Like und ein Abo hier. Da lassen. Äh, so. Dann kann ich so machen. Grab ein bisschen blöd hier. Abonnieren. Äh, äh. Abonnieren und liken. Und, dass ihr, äh, und die Glocke aktivieren. Dass ihr den nächsten Web nicht verpasst. Hier. Und, äh, ja. Nämlich sagen, ähm. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Morgen um 12.15 Uhr. Und, tschau. Piu. It's just fired. 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 It's just fired.